Oh Alter, was für eine Aktion hier, frühen Morgen, toll, verschlossene Kiste, warum vermacht mir Frau Meier eine verschlossene Kiste und warum vermacht sie mir überhaupt irgendwas, das ist die Frage, oh Mann, ich bin auch gar nicht wach, so ein Theater, mal gucken, nee, keine Chance, Jungs, ach, komm mal mit, ich hab doch hier irgendwo, ich hab doch hier, Moment, Büroklammer vielleicht, ähm, ja, äh, nein, so nicht, Moment, ein bisschen aufbiegen, so, vielleicht, okay, kriegen wir das ja auf hier, äh, äh, oh Gott, äh, oh, nee, wird doch wohl die Truhe aufgehen, ach, Leute, ich hab keine Zeit für sowas, kommen doch gleich die Gäste, Ah, Meno, jetzt geh ich schon auf, ach, jo, ich krieg's ja noch kaputt, ne, oh, okay, offen, da wollen wir mal schauen, aha, okay, was ist denn das für ein Mist hier, oh, das ist auf jeden Fall schwerer, was haben wir denn hier, eine Kugel, aha, ja, nee, ist klar, ne, ja, vielen Dank, Frau Meier, was sehe ich denn mit der Kugel, fühlt sich warm an, hm, okay, ist sonst noch was drin hier, oh, was haben wir denn da, ein Zettel, noch irgendwas, ne, das war's, ein Zettel und eine Kugel, schauen wir doch mal, ähm, ja, klar, unbedingt, was ist das denn, ähm, 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 Leute, fühlt sich mit der Kugel, wenn wir äh, von, fünfteln an, äh, von, wenn wir äh fünfteln, äh, Fäldt nien, ja, ne, ist klar, äh, Schulter, ok das ist auf jeden fall altdeutsch das ist klar da kann ich ein paar buchstaben erkennen aber auch nicht alle moment altdeutsch aber das hieß so nicht ne wartet mal wozu hat man denn die technik safari google wie hieß das denn nicht altdeutsch nicht altdeutsch sondern sütterlin moment s t t e r l i n suchen ok sütterlin schrift ok dann nehmen wir mal bilder mal gucken da haben wir es doch schon ok das möchte ich gerne haben bild in vorgröße da haben wir es ok sütterlin so zettel und stift dann wollen wir mal schauen also ich mache das jetzt mal hier so also das erste ist ein kleines d die das ist ein e das aussieht wie ein n das ist ein e ok also die groß v dann ist es wieder ein e Okay, Vergangen und dann ein großes E, N, meine Gäste kommen gleich, H, E, großes I und T. Die Vergangenheit, die Vergangenheit, okay, weiter, L, E, was ist denn das da, kleines S, großes S und T. Die Vergangenheit lässt, hinten großes S, dich ein, die Vergangenheit lässt dich ein. Ähm, da geht's weiter, ähm, W, nicht dunkel werden, ach, wenn dir, dir, groß R, wenn dir, d, das, das, das A ist groß, wenn dir das, ähm, fehlende, wenn dir das fehlende, oh, nee, Wort fällt, fällt, ja, fällt, aber T wieder groß, ein, ist, die Vergangenheit lässt dich ein, wenn dir das fehlende Wort fällt ein, ach, Alter, ey, was ist denn das für ein Scheiß? Warte mal, abgeschrieben habe ich es, mal gucken. Die Vergangenheit lässt dich ein, wenn dir das fehlende Wort fällt ein, wie das fehlende Wort, hallo? V, E, I, S, R, A, T ist groß geschrieben. Moment mal, also was? Ähm, V, E, oh, auf dem Pad kann man nicht gut schreiben hier. V, E, I, I, S, R, A und T, ne? A und T, A und T, Falsrat, ha, das fehlende Wort ist Falsrat. Ach, Leute, Falsrat, ist doch ein Scherz, ja, oder? Vielleicht mal mit Umstellen probieren. Oh, ich brauche jetzt mal einen Kaffee. Falsrat. Moment mal, ich lasse mal weg. So, Falsrat, ja. Toll. Ähm. Ähm. Toll, jetzt schreibt der Stift nicht mehr. Legumio de la Popo, ey. Vier... Rastee? So? Vierastee! Okay. Ähm... Riesateff. Riesateff. Hä? Nee. Also. Gehirn anschalten. V... V... E... R... V, E, R... V, E, R... Veri... Moment. Moment, Moment. Veri... Jo. Veritas. 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 Wahrheit. Veritas, Wahrheit. Das muss es sein. Was anderes fällt mir nicht ein. Veritas. Veritas. Veritas.